So, und da bin ich auch wieder zurück, hier bei Postal 2. Leider hatte das Telefon geklingelt, deswegen musste ich da erstmal rangehen. Ähm, genau, wir wollten jetzt unbedingt zur guten, ja, wir wollten uns jetzt Milch besorgen, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob wir hier schon, ja doch, hier ist die Bank, genau, wir wollten jetzt, ähm, jetzt muss ich selber nochmal gucken. Genau, wir gehen jetzt einfach nochmal Richtung Leckigenisch, oh Gott, keine Ahnung, aber wir gehen einfach mal jetzt hier lang. Gespeichert hatten wir, genau, und da kommt wieder dieser nette Ladebalken mit dem Tunnelbild. Und ich werde mal versuchen, dass ich diesen Tag, ja, ich habe mir das jetzt einfach so überlegt, ich werde jetzt versuchen, ähm, diesen Tag komplett, ähm, zu machen. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, dann können wir ja, oh, hi, der, hi, what? Ja, guck mal, hier liegt Kacke, hipste Kacke auf. Na gut, ähm, wir wollten jetzt Milch besorgen gehen, und dann wollten wir noch, na, jetzt muss ich nochmal gucken, Pickup-Check machen, genau, Pickup. Pickup, 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 hier haben wir einen netteren Kaktus, der uns leider verletzen kann, was? Guck mal, hier eine Katze. Hey, bleib stehen, bleib stehen, Katze, bleib stehen, ich habe dich lieb. Okay, ein sehr interessanter, äh, Close-It-for-Fire-Inspector. Tuesday, what? Donnerst, äh, Dienstag, oder Tuesday? Wah, nö. Bin ich gerade etwas, hm? Kann ich hier so? Kann ich mal Schwein sein und einfach mal hier so... Oh, oh nein, ähm, nein, nein, ist okay, ist okay. Hey, verdammt, wieso, wieso kommt da jetzt auf einmal... Was soll denn das? Ich war doch gerade... Ach, Mann, jetzt kommt da so ein oller Polizist, eine olle Polizistin. Hier steht noch ein oller Polizist rum, der hat uns zum Glück nicht bemerkt. Oh, Mann, wie mies ist das denn, bitteschön? Wir waren doch gerade so gut drinne hier. Jetzt kommen auf einmal überall die ganzen... Ah, nein. Wie me... Ah, was ist denn mit dir los? Hi. Hi. Ja, toll. Seht ihr, was du sagen kannst? Ah, okay. Äh, yo. Oh, wo die Welt... Oh, hier ist ein Polizist. Wir gehen erstmal ganz bemühtlich die Milch kaufen. Jo. Hier haben wir schön leckere Süßigkeiten, yum, 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 die wir alle nicht brauchen. Hier haben wir Sachen, die können wir einfach... einfach mal so... Äh, okay. Kann man einfach mal so just for fun hier durch die Gegend werfen. Hier, lecker Fleischabteilung. Nam, nam, nam. Wer weiß, was das für ein leckeres Fleisch ist. Wer weiß, weiß so. Ähm, die Milch. Sehr gut. Wir haben uns die Milch geholt. Ja, genau. Easy going war das. Einfach mal reingehen und die Milch holen. Go... Go pay the kosher. Oh, not the price. Hot. So, hey, yo. Yo, ja, 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 bla, bla, bla. Darf ich hier jetzt auch mal rein? Hallo? Hallo? Ja, ja, viele kennen das ja wahrscheinlich. Wenn sie was kaufen wollen, müssen sie erst mal anstehen und warten, warten, warten. Hallo, und was hast du? Hi. Hi, da. Ja, hier. Danke für eure unklinige Besuch. Jetzt raus! Und du kommst mit mir. Das klingt rechtlich. Ähm, ja, was ich dazu sagen muss, wenn man den Herrn hier nicht bezahlt, dann passiert was sehr Lustiges, was ich doch, was mir eigentlich, was ich schon sehr interessant fand, aber ich wollte jetzt, ähm, ja, die ordentliche Phase ausprobieren, deswegen dachte ich jetzt, okay, bist du mal nett, bezahlst du mal, wobei wir ja Geld bekommen haben, was wir uns ja auf eine andere Art und Weise besorgt haben, aber hey, das stört ja nicht unbedingt. Wir werden ja eh nicht mehr gesucht, also weg damit. Das nächste Gebiet befindet sich, ähm, Richtung hier, oder? Nee, äh, doch, ich glaube, wir müssen hier lang gehen. Wieder eine Ladesequenz. Ja, und es geht weiter. Ja, es huckelt, wie gesagt, immer kurz, weil ich sehe gerade Autosave, okay, kein Wunder, dass das huckelt. Wir befinden uns jetzt in, äh, ja, im nicht wirklich guten Bezirk, wo wir eigentlich hin wollten, aber gut, wir können auch hier lang laufen. Hier ist unser guter alter Hund, der Hund ist cool. Wat, wat? Ja, papete, hi. Yo, idiot. Unser Hund ist sauer, er knurrt, das ist sehr, komm, Moment, können wir hier einfach mal so, hallo, hier haben wir einen Computer-Nerd, hier haben wir einen, hallo, what's up, kann ich hier mal reingehen, mal kicken, ah, guck mal hier, die hat, hä, yo, ey, yo, ich muss mal aufs Klo, oh, eine Pfeife, damit können wir uns erstmal zudröhnen. So, ich muss erstmal aufs Klo hier, ah, erstmal schön hier, ah, das tut gut hier, so, ist ja eh grad keiner da hier, so, schön, erstmal alles voll machen hier, komm, wir machen nochmal, ja, genau, das wollten wir doch alle hören. Ja, ja. Man kann übrigens auch mit den Leuten etwas machen, was ich vielleicht in späteren Tagen oder so machen werde. Lustig wäre es natürlich, wenn die Wohnung dann so aussehen würde, also, dass das ewig so bleibt, aber gut, so geht's natürlich erstmal auch, also, wenn man dahin gemacht hat, gestrollt hat. Hi. Hi. Alles cool? Geht's dir gut? Ja, komm. Okay. Dir geht's gut, das ist schön. So, ich mach erst mal den hier, genau, erst mal den reinfallen. Hallo. Ey, yo, Party. Yeah, yeah. Huh. Äh. Hallo. Huh. 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 Yeah, Party, Party, Party in der Haus, Club. Ey, du. Alter, der hat eine Schrotflinte dort rumstellt, der hat einen Shotgun dort rumstellt. Ja, komm, wir gehen nochmal aufs Klo. Oh, ich hab so eine Blase drückt. Ich wollte ja hierhin, so. Yeah, 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 oh man, die Blase drückt. Naja, gut, was soll's. Wir können ja hier mal so ein bisschen rumlaufen, so. Juhu, 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 juhu. So, das muss erst mal reichen. Ja. Ist keiner sauer, dass ich hier auch so sehen soll. Yeah, yeah, yeah. Party, Party. Oh, geht's nicht hier lang? Kann ich hier rein? Postel, Alter, Postel. Ach, hier ist der Ausgang, okay. Okay, okay, wir müssen jetzt weiter hoch. Hier können wir ja auch nochmal reingehen. Aha, hey, über den haben wir doch was gelesen. Ja, guck mal hier, Spielebox, Spiele-Sammlung von dem Herrn. Oh mein Gott, ein Hai. Hilfe. What's up? Lass mich durch hier. Hey, jetzt geht doch mal, okay. Hi. Hallo. Sieht aber komisch aus für dieses Spiel, was es eigentlich darstellen soll. Sieht sich schon etwas komisch aus, aber gut, soll es zu sein, so. Yeah, yeah, yeah. Rocky Party, Rocky Party. Hey, hey, so. Ähm, weiter geht's. Ach, guck mal hier, jetzt ist auch der komische Typ da. Yeah, 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 yeah. kann ich vielleicht abstenwärts wird sie geholfen die war er noch war er weil wir noch der strahlechsel la 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 was ob alle von mein gott und ein gott und ein hier bitte schön hier einmal mal hier so zack Ja, das passiert dann, wenn man die Leute, ähm, ja. Ah, tu das gut. Schön in den... Ja, komm. Nein, ist okay. Wir wollten es einmal sehen. Ich bin gerade froh, dass es funktioniert hat. Auch wenn es, äh, sehr eklig ist. Aber, gut. Ach, guck mal. Jetzt läuft der weg und die Kurze bleibt der... Oh, Polizei. Äh, Heide, hier gibt's nichts zu sehen. Wir müssen geradeaus weiter. Ja, durch den Tunnel hindurch. Okay, der Typ hat gekotzt. Das wollten wir doch erreichen. Und wieder der Ladebalken. So, weiter geht's. Chicken Queen Estate. Ist da der. Juhu, juhu. Hallo. Hi. Hä? Oh, Mütze Katze. Mütze Katze. Mütze Katze. Mütze Katze. Mütze Katze. Mütze Katze. Hey, hey. Mütze Katze. Mütze Katze. Mütze Katze. Mütze Katze. Hey, hey, hey. Mütze Katze. Bleibt doch stehen. Bleibt doch stehen. Bleibt doch stehen. Ich habe lecker Milch dabei. Was? Haben die alle Idiot zu sagen? Ey, das gibt's ja ja auch nicht hier. What? Willst du nicht telefonieren? Hier, geht's weiter. So, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir zu der Paycheck hier lang. Laufen wir richtig? Jo, wir laufen richtig. Sehr schön. Hi, Officer. Jo. Du mich auch. So, mal gucken. Man sieht's hier oben, Feines. Ah, sie hat mich überfallen. Hm. Was? Ey, komm. Ich bin doch gar... Ja, lass mich doch mal gucken hier. Gucken. Ja, coming through. Ja, hi. Jo. Oh, was haben wir hier, Feines? Hallo, klopf, klopf. Hier ist... Oh. Hier sieht's natürlich sehr, äh... Alter, hier kommen wir rein. Ich speichere mal ganz kurz, weil das sieht ja so ein bisschen, ähm... Panic-mäßig aus. Okay. Das sieht aus, wie als ob ich jedes Mal einen Systemfehler im Safe-Modus habe. Okay. Hallo? Miau. Jo. Oh, zwei Katzen. Sehr schön. Ich glaube, mit diesen Katzen können wir was machen, aber ich weiß es nicht mehr, was es war. Oh, oh. Oh, ist hier etwa. Also, ich höre irgendwie Gas. Naja, hier kommt ja eh keiner. Ha. Ha. Ah, tut das gut. Juhu. Endlich einen Ort gefunden, wo man hier schön, erst mal schön sich erholen kann von allem. Von allen Leuten, die einem nur Böses wollen. Ah, schön. Hier schön voll machen. Yeah. Juhu. Juhu. Einfach mal rumstrahlen. Was? What the fuck? Was? Nein. Hey. Moment. Wieso? Meine Hose ist doch zu. Hallo? Jetzt ist... Mister. Nein. Verdammt. Jetzt holt er die... Ah, jetzt holt er die Cops, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir müssen hier runter. Toll. Weißt du, die ganze... Nein! Was? Alter. Nein. Wie geil. Wie geil. Da rennt der extra... Wollte der extra in das Haus reinrennen. Nur um zu gucken, wo ich... Wow, und jetzt... Jetzt... Was ist mit meinem Herz? Warum ist mein Herz schon wieder so gedamaged? Habe ich zu viel Adrenalin in meinem Herz? Äh... Da lang? Oh Gott, da kommen die Cops. Da kommen die Cops. Wah, die Cops. Tut mir doch nix. Ich hab da ja nichts gemacht. Ey, weißt du, ich hab doch noch nicht mal die Bude angezündet. Ach, komm. Lass mich doch in Ruhe hier. Ich geh jetzt hier... Versteck mich so. Verdammt, die kommen. Sie kommen! Oh nein, Hilfe. Äh, da lang. Autsch. Achso, das war meine eigene Schuld jetzt, dass ich Schmerzen habe. Hallo. Eine Flucht, die ich nicht wirklich wollte. Ja, wir können uns natürlich dann auch gefangen nehmen. Da ist das Problem dann bloß mit dem Rauskommen. Das kann ich euch später mal zeigen. Jetzt versuche ich erstmal hier... ...die letzte Aufgabe hinzubekommen, die wir hier vor uns haben. Achso, die laufen zu unserer... ...quasi zu unserer letzten Position laufen. Die, komm ich hier lang? Ja. Also mit dem Kottensystem muss ich mich noch reinfitzen. Und der Typ, na, der Typ, da hat er uns so verfiffen, ey. Den müsste man am liebsten gleich mit nem Ladebalken unboxen. Genau. Mit nem Ladebildschirm. Einfach umhauen. Ja, geil. Jetzt steht dort auch noch... Ah, okay, gut. Na, toll, ey. Was, was soll... Was? Oh, ja, ja. Komm, ihr habt mich gesehen. Ist super. Ihr habt mich gesehen, ich weiß. Drei Katzen. Sehr schön. Die Katzen habe ich jetzt noch nicht groß, ähm... Also werde ich jetzt noch nicht groß was damit anfangen können. Das dauert noch. Da brauchen wir noch... Äh, ne bestimmte Waffe. Bin ich hier richtig? Hallo? Ist hier der Raum, wo ich halt? Okay, gut. Da, Hilfe, Hilfe. Ey, hilf mir. Hallo? Oh, ähm... Ähm, ja, okay. Laufen Sie ruhig. Nein, aua. Hey, nicht schlagen. Ich weiß, wo es lang geht. Hier geht's lang. Ja, hast du gesehen? Hier ist eine Tür. So, lass mich rein. Raus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Lass mich raus hier. Lass mich... Hi. Aha, okay. Ich glaube, die reden gerade über das Spiel, dass das hier, ja, ein bisschen, naja. Kann ich mitmachen? Kann ich mitmachen? Kann ich? Kill... Okay. Ist okay. Also, die könnten wir uns... Die könnten wir eigentlich entledigen, diese Leute, die da rumrennen, aber... Wir versuchen jetzt erstmal so gut wie möglich, uns niemanden zu entledigen. Ah ja, Besprechungssaal. Können wir uns hinsetzen. Hier gibt's aber jetzt auch nix. Okay. So, Paycheck. Hallo? Ich muss jetzt... Hey, Vince ist in his office. You better go see him. Thanks. What? Thanks. Ich muss da mal ganz kurz hier reingehen. Was habe ich da... Wir haben eine Machine Gun aufgenommen. Eine Machine Gun. Wahnsinn. Geil. Ja, wenn man hinter Tischen guckt, findet man schon interessante Sachen. Aber das, wonach ich eigentlich gesucht habe, habe ich jetzt... Hi. Yeah, wir haben's geschafft. Ja, Zeit nach Hause zu gehen. Holy shit! Allo. Wartet, wartet. Nein, ich wollte... Wartet, wartet, wartet. So, hier. Nein, wartet, wartet. Alter. Ach, hier. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Was zur Hölle? Was soll der Mist? In you people have to freak out on me. Alter, was geht? Da wollte ich mich mit einem Schild schlagen. Geht's dem noch gut? Na, also, die haben... Ja. Ich kann euch ja mal was... Oh. Nice. Ich geht dem. Hey. Legt hin. Okay. Ich werde euch später zeigen, was man so alles Schönes mit den Leuten machen kann. Bam. Headshot. Ich weiß natürlich nicht, ob ich getroffen habe, ob... Oder ob einer der Leute getroffen hat. Wir müssen nach Hause. Wir müssen unbedingt hier raus. Exit. Oh mein... Oh, 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 oh. Wir haben Benzin. Wir haben Benzin. Damit können wir dann auch noch interessante Sachen machen. Zuerst packen wir mal kurz die Waffe weg. Oh nein. Oh nein. Okay, wir packen sie wieder aus. Nein. Es tut mir leid. Shit, shit, shit. Ja, ne, ist klar. Ich weiss, jetzt kommt da auch noch der olle Bulle und will... Also, der Polizist. Oder wie auch immer. Und will mir ans Leder... Äh. Sorry, ich packe ihn wieder weg. Alter, verdammt. Habt ihr Probleme? Habt ihr... Ähm, hallo? Was macht der Typ da, der tritt? Alter. Okay, der tritt da einfach mal. Hä, Midi-Kid. Komm, lade auf. Okay, 87. Der tritt da einfach mal gegen die ganzen Leute, die bereits im Eimer sind. Na, toll. Wir haben unseren Scheck bekommen. Können wir jetzt hier mal in Ruhe rausgehen, so dass die... Ach, hallo. Auch wieder... Und jetzt muss ich natürlich rennen. Die Miss hier ist etwas... Ja, die ist etwas dumm gefallen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, ich soll stehen bleiben, aber ich möchte nicht stehen bleiben. Ich möchte weglaufen. Ja, lasst mich doch in Ruhe. Ich muss nach Hause. Meine Frau hat mich angerufen. Er hat gesagt, Junge, Junge, komm nach Hause. Oh Gott. Hilfe, Hilfe. So. Ich denke, ich muss einen Augenblick auf diese Leute halten. Sie sind definitiv habschuldig für meine Gesundheit. Aha, okay. Keine Ahnung genau. RWS-Protestor. Errungenschaft. RWS-Protestor. Ja, wahrscheinlich bin ich auf ein Sabbatical oder so. Na gut, vielleicht kannst du noch ein paar Sachen für mich machen. Ich werde ein paar Sachen für dich machen. Was war das? Nothin', lieb. Enjoy your milk. Hm. Es ist schon lange, seitdem ich gesagt habe. Ich hoffe, ich kann alles erinnern. Mal schauen. Oh, ja. Ich glaube, ich werde das immer finden. Oh, ja. Ich muss das Petition sein. Gut, ich bin ein People-Person. Hm. Ich glaube, ich kann das auch machen. Das ist ein Bücher-Library-Buch. Ich kann das gar nicht even lernen. Wo ist das? Hm, hm. Hm. Oh, Gary ist in der Stadt. Ich liebe es, was passiert ist. Mal schauen. Ah. Ich glaube, diese Scheiße wird sich selbst gemacht werden. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das war erstmal die erste Folge. Oder vielleicht, wie gesagt, der erste Eindruck von Postal 2. Wenn es euch gefallen hat... Ach du Scheibe. Ach du Heilige. Äh, ja. Ähm. Wartet mal kurz. Hilfe. Junge, ist ja gut. Ist ja gut. Tu mir nix. Tu mir nix. Nein. Ja. Junge. 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 Bleib ruhig. Bleib ruhig, hab ich gesagt. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, das war der erste Tag von Postal 2. Wenn es euch gefallen hat, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr davon mehr sehen wollt. Dann können wir daraus ein Let's Play machen, je nachdem wie ihr es möchtet. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zugucken. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Okay. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.